Hallo, herzlich willkommen. Wir tun heute ein bisschen den Körper abklopfen, ein bisschen hier, denn wir gehen auf der Außenseite beim rechten Arm hinauf bis zur Schulter, drehen den Arm um, den rechten Arm und gehen auf der Innenseite des Armes, klopfen wir hinunter bis zu den Händen und drehen wieder zurück, klopfen wir auf der Außenseite hinauf bis zu den Schultern, drehen den Arm um und klopfen wir hinunter. Das Ganze machen wir länger und danach am linken Arm auf der Außenseite hinauf, zu den Schultern, bei den Schultern hinten ein bisschen klopfen und da bei vorne auf der Innenseite hinunter, so, hinauf, so, bis zu den Schultern und dann hinunter. und das Ganze machen wir auch bei den Beinen, ein bisschen, und zwar gehen wir hier hinunter, so, und auf der Rückseite hinauf, dann machen wir es gleichzeitig, und wenn wir es ein paar mal gemacht haben, dann bleiben wir es so stehen und dann ist es schon richtig, aus, weg. So, das waren einfache Übungen, wie jedes Mal, die auf Dauer durchaus auch einiges bewirken können, ohne Hilfsmittel, wie bis jetzt jedes Mal von mir. Ich freue mich aufs nächste Mal, danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag.